Ich schaue in den Tiefen meines Koffers nach dem verschrollenen Standarddruck. Eigentlich schauen ja alle gleich aus, aber ich brauche schwierigen Waffen. Und zeige, wie sie sind, verstecken die sich am Herbst. So, dann ist es jetzt natürlich wie immer ungewiss, ob es nach der Runde wirklich aus ist. Mal blöd gesagt, im Moment hast du deins und sonst gar keins, oder? Dann kämpft es auch keins. Okay, bei dem schauen wir her. Okay. Der ohne Sturmbeuter. Ah, halbes Spiel vergessen. Wie viel Glaubensakte? Einen wieder. Und kommt Telecin wieder. Nein. So, die steigen aus. Wenn es jetzt also definitiv aus ist, kriegt keiner den Punkt für das Haku, weil Celestin wieder nicht aufgestanden ist. So. 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 Ich steige hier aus, weil ich kein sehr großes Vertrauen in mein Rhino habe. Und wenn es dann in die Luft fliegt, bin ich lieber draußen als drinnen. Das hier ist auch wieder ein Standard-Drupp, oder? Gehört da eher dazu schon, oder? Das hier wird wohl ein bisschen durchs Gelände müssen. Fährt hier hin und zündet jetzt auch einfach mal sein Nebelwässer. Das hier ist genau Rhino bereits. Also theoretisch kann ich da durchfahren, ohne dass ich die schocken muss. Stimmt, genau. Ach ja, und er ist relativ... Er hat eine Kettenfaust. Ich sehe, was du da gemacht hast. So, um... Er hat eine Ketten feedback. Was? Ja? 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 Ich habe ich Stärke gegeben. Warum zieht es denn wieder? Ja? Ja, okay. Ja? Ja? Prost. Langsam schimmert ein bisschen durch, dass ich eigentlich überhaupt keinen Plan habe, was man... Das hier dreht sich und fährt 12 über ihn drüber, genau. Gelände erstmal. Nee. Dann dreht sich. Ja? Ja. Okay. Ich werde hier, aber jetzt darfst du mich erstmal holen. Also 12. Willst du gar nicht? Okay. Fahr ich bis hierher. Ups. Und zünde jetzt meinen Nebelwerfer. Aber ich... Aber ich habe... Nee, ich habe doch das hier extra hervorgestellt, dass ich nicht muss. Ja, für den zerstörten Sturmwolter. Ja. Oder warte, lass mich kurz überlegen. Ja, meinst du? Also ich bin ja... 80. Okay, ja, gut. Dann... Will ich nichts gesagt haben. Ja. 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 Okay, ja. Ja. Schauen wir uns nachher das Video an, oder? Nee. Ja, ist jetzt Schwachsinn. So. So. Können wir das eigentlich ausmessen, wie weit es hier ist? Nee, eigentlich nicht so. Okay. Ja, ja, klar. Aber ich kann ja aussteigen und rausrennen. Und das mache ich auch. Ja. 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 Wah! Ja, ich kann ja kaputt. Mit Ihren. Das ist mal wieder conversation. Das ist in der blaue. Wer mag mit schnellst�? Du hast einfach einmal Charlie Kinder plagueiert werden. Aber ja. Ja, das schaue ich jetzt eigentlich mal. Wird eng werden, ja. Darf ich es noch drehen? Nach dem Panzerschock nicht mehr, genau. Ja, das ist schlecht. Dann muss ich hier auf der Seite versuchen auszusteigen. Ja, der ist jetzt... Boah. Ja gut, du bist hier aus dem Weg gegangen. Du bist hier richtig nah dran. Genau. Dann... Genau. Deine ganze Plan ist ein bisschen verarscht. Da bleibe ich drin. Ich kann ja nicht raus. Hier bringt es nichts. Ja. Jetzt aber geballert. Sofort. Dieser Geländetrupp hier läuft noch. Sonstfall. So, jetzt geballert. Der Exo. Auf diesem Dropp hier. Mit... Zwei Schuss. Dann... Wundet einer. Reicht das schon fest? Wahrscheinlich nicht, oder? Der andere Exo. Auf die drei Jungs von vorhin. Ein Schuss. Ich habe mal wieder irgendwas runtergeschnissen. Ja, das war's eigentlich vom Geballer her. Die Rennen. Ja. Fünf. Kannst du die Fünf einfach so in die Richtung her so bringen? Ja, perfekt. Und die Rennen, um sich ein bisschen aufzulockern. Auf fünf. Kannst du schauen, ob du die jetzt gut siehst? Wo überhaupt siehst? Hier eigentlich. Hier? Nein. Okay. Okay. Ja. Nahkampf? Nahkampf. Okay. Mal zu 50. Ja. Sechs hat die... Oh, ja. Zwei Schmecker. Die Luft noch mal. Zwei Bunten. Da bin ich noch vier Hüten. Heiß, guck gar nicht. Sechs... Ich will nur die Hüten, ne. Die Luft noch mal. Und dann... Sonst insgesamt, ich habe noch eine Reihe, und zwar drei verschiedene, kriegt der Melder und die Normale kriegen jeweils eins mehr. Normale geht, Melder lebt, Chefin lebt. Also die Normale verabschiedet sich. Und drei einfach zurück, das sind zwei, auf die fünf, nicht, habe ich um eins verloren, auf die acht, versaut. Elia, ich habe drei, ich komme weg. Und zwar elf ganze Zoll. Massaker, vier. Ja, ist er hier. Er ist jetzt hier, eine Baselänge, und elf, also ungefähr zehn. Also, ob ich mich sammeln oder nicht, weiß ich mir eh nicht. So, ja, damit wer der Würfelwurf angebracht auf ist, oder? Maxi, würfel mal eine Eins, eine Eins, oder so. Ah, leck mich! Ein sehr freundlicher Handschlag, und damit ist das Spiel beendet. Und ich gebe jetzt das Mikrofon einfach mal ab, weil es schaut so aus, als hätte ich in einem gewissen Grad gewonnen, da können wir gleich noch mal überreden. Und ich gebe jetzt das Mikrofon einfach mal ab, weil es so aus, als hätte ich in einem gewissen Grad gewonnen. Ich gebe jetzt das Mikrofon einfach noch überreden. Und dann redet diese und hast die Das war doch nur 5 Stunden, aber jetzt war es nochmal spannend, wenn es hier auf dem Haus ist, ist es nicht so gut. Die erste Runde, die wir verbreiten wollen, und wir haben die Hüfte noch nicht mehr gelassen, weil wir jetzt noch viermal Klassen haben, fünfmal, 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 ... ... ... Dann aber noch ein bisschen zu angreifen. Ich frage auf die Bauchstilie. Es gibt sieben vor, aber ich hätte sie richtig. Dann noch mal gucken. Mit allem. Von den Longfanks haben wir ein bisschen mehr. Töne bis zum Standort, der sich nicht geschafft hat, ist es nicht geschafft. Egal. Und wir haben dann den Fallen, den wir auf den Klicht hier. Wir haben den Fallen und den Fallen. Wir haben alle Zweig auf die Rückseite. Wir haben die Umwandlung, die sich in den Fallen und die einstürzt. Wir haben den Fallen und den Fallen und den Fallen Vielen Dank. Also, war gut, was du und ich aber auch danke. Der Standard ist bei mir, aber ich kann da rein, der ist ohne dich. Ähm, das ist doch noch mal spannend. Ja, das ist normales Jahr. Also, die haben die Fahrzeugen kaputt gemacht. Bei Standard-Suss in einem Ballon kann ich einfach sein. Und das ist ein Fahrzeug, aber ich kann da rein, dass die Fahrzeugen kaputt gemacht hat. Und das ist ein Fahrzeug, der kann auf den Ballon werden. Ich kann da einfach noch mal gucken. Och es ist einfach so. Und das ist wie das. Also, die Fahrzeugen. So, dass das Fahrzeugen kaputt gemacht hat. Und das ist ein Fahrzeug, die Fahrzeugen. Das sind die Fahrzeugen. Und das ist ein Fahrzeug. 3 3 3 1 2 3 5 5 6 1-3-Sci�을 Ein Trub, ein Trub, ein Trub, ein Trub. Und zwei Regenungen, drei Regenungen, drei Regenungen, und zwei Trub. Noch mehr. Und vier, noch mehr. Vielen Dank. So, noch mal kurz die Zwischenmeldung von mir. Nach Missionszielen habe ich um 2 gewonnen. Und dadurch, dass ich Mehreinheiten zerstört habe und am Ende Mehreinheiten auf dem Feld habe, kriege ich 2 extra Punkte, was dann im 16-6 macht. Meiner Meinung nach muss ich zugeben nicht ganz verdient, aber es ist ein Würfelspiel. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Hey, hey, hey. Ich habe auch schlechte Stühle. Na, das stimmt. Ja, ich denke, es ist ein Würfelspiel. Es ist ein Würfelspiel. Es ist kein Würfelspiel. Jetzt bin ich in den Würfelspiel aufgebaut. Ich habe mich in den Würfelspiel. Ja, ja. Es ist ein Würfelspiel. Ich muss noch etwas dazu machen. Ich habe einen Würfelspiel. Ich habe einen Würfelspiel. Das ist ein Würfelspiel. ja, aber die Stasse, wenn sie sich reichen sind, ... ... ... ... ... ... ... und ja 10 nein Ja, das ist nicht so. Das ist auch egal. Eben hier kommt ein paar Schein, aber ich bin nicht drauf. Und ich habe die Bekleidung abgeschafft. Und dann so, wo wir uns denn hier in der Zeit haben. Und dann ist das so, dass wir uns das nicht machen. Vielleicht ist ja auch ein Movo-Move-Move. Ein Movo-Move ist scheiß drauf. Ich dachte, ich bin drauf, ich bin mir drauf. Ich bin mir drauf, und dann ist das so. Ich bin mir drauf. Und dann ist das so, dass wir uns da rein. Und dann ist das so, dass wir uns da rein. Und dann ist das so, dass wir uns da rein. Das war mein Rapport von Old TV, also mein Rapport von Old TV. Ja, das war auch mal zusammen. Einfach vorne, ne? Trotzdem hätte ich quasi mit der ersten Runde einfach die Tüte gekauft. Und die Tüte war, äh... Das waren schon ganz krass. Ja, das war... Nicht gelaufen. Das erste Mal... Thomas, der in die Tüte... Ich schieß... Wir... Wir schießen... ... in den gelebelten Reise. Ein Ballon fängt drauf... ... und ein Ballon fängt drauf... ... und ein Ballon fängt drauf... ... und wir lassen mal ein bisschen weg. Dann... Ich schreibe da auf... ... und ich schreibe da auf... ... und ich schreibe da auf... Ach, 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 ach... Ich hab halt gedacht, okay... ... dann geht's mal... ... dann geht's mal... ... dann geht's mal nicht an... ... dann steig vorne aus... ... dann können wir jetzt fahren, ne? Ja... ... dann geht's mal... ...ежд beides... ... und ich... ... dann gehen uns... ... die Beide und auch ein... ... hart... ... und die Beide und das sind preis... ... wir lernen... ... und... ... auch ein.... ... und... ... gut... ... hier draußenzuräumen... ... mit dem ich zusammen 89s faced... ... was ich hier 그런uguobe disrespect... Ja, das ist ja so. Das ist so cool. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020